Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Heute möchte ich Ihnen von Christine Bilkau nebenan vorstellen. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen als Hardcover. Es hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Ein kleiner Ort am Nordostsee-Kanal. Hier lebt Julia mit ihrem Mann Chris. Sie ist unlängst 40 geworden und sie hat einen bislang unerfüllten Kinderwunsch. Julia kennt noch nicht allzu viele Menschen hier. Sie hat vor kurzem einen kleinen Keramikladen aufgemacht, von dem sie, auch dank dem Internet, ganz gut leben kann. Hier lebt auch die 60-jährige Ärztin Astrid. Sie bekommt seit einiger Zeit anonyme Briefe, die sie nicht einordnen kann, die sie allerdings sehr erschrecken. Sie trauert um den Verlust ihrer besten Freundin Marley, die schon vor Jahren wegzog, sich nie mehr meldete und jetzt plötzlich wieder da ist. Astrid kümmert sich neben ihrem Beruf, nach dem Tod ihrer Mutter, um ihre geliebte Tante Elsa, eine Frau, für die man als Leser Bewunderung empfindet und die ihr eine wichtige Botschaft übermitteln wird. Es gibt ein Haus in der Nachbarschaft, diese Menschen, aus dem die Bewohner, eine Familie mit drei Kindern, einfach verschwunden ist. Ohne Abschied, ohne Bescheid zu sagen. Bilkau ist eine Autorin, die eine große Liebe zu ihren Figuren hat. Sie erzählt mit viel Empathie von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchten und sie erzählt auch sehr genau von einem heißen Sommer vor Corona. Ganz beiläufig legt sie den Finger in manche Wunden. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, in dem viele Wahrheiten stehen, viele Sätze, die zur Selbstreflexion und zum Nachdenken anregen. Eine Autorin, die so gut ist, dass wir sie zu einer Lesung eingeladen haben. Sie kommt am 30. August nach Heide.